Über Zentraleuropa dominiert kühle Luft mit teils schauerartigem Regen. Von Tief Gisela über dem Baltikum setzt sich ein neuer Schwung Kaltluft zu uns in Bewegung. In der kommenden Nacht gibt es bei vielfach bedecktem Himmel zeitweilige Regenfälle und die Tiefstwerte sinken auf 4 Grad. Am Donnerstagvormittag hängt der Himmel fast überall voller Wolken. Die Sonne scheint kaum. Die Höchsttemperaturen liegen um 8 Grad. Am Nachmittag pendeln sich die Werte bei 8 bis 10 Grad ein. Dazu regnet es nur sehr vereinzelt. Am Freitag ist der Himmel grau und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 10 Grad. Auch am Samstag kommen vielerorts Schauer aus dichten Wolken. Am Sonntag steigen die Höchsttemperaturen auf 11 Grad. Dazu ist der Himmel wechselnd bewölkt. Vielerorts kommt öfter die Sonne heraus. Am Sonntag steigen die Höchsttemperaturen auf 10 Grad. Am Sonntag steigen die Höchsttemperaturen von 11 Grad. Am Sonntag steigen die Höfl bagus. Am Sonntag steigen die Höchsttemperatur in 7 Grad. Am Sattimperaturen · Untertitelung des ZDF, 2020